Moinsen ihr Füchse und Füchseinnen da draußen, ich bin euer blauer Fuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Elden Ring. Ja da seid ihr jetzt aber verwirrt, hä Fuchs, du hattest das Projekt doch soweit beendet, was ist denn nun mit dir los? Wie ihr seht, wir stehen genau da, wo wir seinerzeit aufgehört hatten, denn es ist nun bald soweit. Nächste Woche Freitag ist es soweit und dann erscheint der erste DLC, wahrscheinlich auch der einzige DLC zu Elden Ring und zwar Shadow of the Earth 3. Und wir werden natürlich direkt von Release Day an, werden wir am Stissel sein, also der Fuchs wird sich mit euch erneut in die Zwischenlande, beziehungsweise in die dunklen Zwischenlande irgendwie. Ich weiß noch nicht so genau, was abgeht, aber wir sind wohl im Schatten des Erdenbaums, irgendwo im Schattenreich oder so und werden da ein neues Abenteuer erleben. Der Zugang wird sogar da hinten oben sein, also da diesen Boss, der sich damals seinerzeit da hinten befand, den müssen wir besiegen, um da hinzukommen, das haben wir zum Glück ja schon gemacht. Und ich dachte mir, bevor wir dann loslegen, können wir doch gemeinsam nochmal eine kleine Runde zum Wiederreinkommen, noch ein bisschen durch die Gegend eiern und schauen, was wir noch so übersehen oder beziehungsweise damals nicht gemacht hatten. Ich war ja sehr gründlich mit euch, wir waren ja relativ fleißig unterwegs und ich hatte mir jetzt die Zeit genommen und habe auf der Karte mal mit so Markern markiert, was wir noch nicht gemacht haben. Ich habe mir so eine dynamische Map geöffnet, habe alles mal abgehakt, das war so seit der Zeit, als ich noch eine Lungenentzündung hatte und viel Zeit hatte und habe hier überall so eine Dinger hingeballert, wo noch Sachen sein könnten, die wir wahrscheinlich noch nicht entdeckt haben. Und ich hätte gesagt, um uns ein bisschen einzustimmen, lasst doch einfach entspannt gemeinsam noch ein bisschen die Gegend erkunden, die Dinger mal angucken, was auch immer das noch so ist und so zumindest schon mal ein bisschen reinkommen, bis es dann nächste Woche Freitag direkt straight mit dem DLC losgeht. Ich bin mega aufgeregt und deswegen lasst doch einfach mal machen. Hier ist schon das erste Ding, da setze ich mir jetzt mal so eine Markierung, man konnte irgendwie doch auch so eine richtige Markierung machen. Genau da und dann gehen wir doch einfach mal los. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen auf die Fresse kriegen, wir werden noch das ein oder andere Örtchen entdecken, was wir seinerzeit übersehen haben, wo wir dran vorbeigelatscht sind. Und ja, wir sind natürlich relativ krass überlevelt, also es sollte nicht zu übel werden, aber dadurch, dass ich ja nicht mehr im Game bin, also es ist ja wirklich sehr lange her, dass wir gezockt haben, gehe ich stark davon aus, dass wir trotzdem ordentlich auf die Fresse kriegen. Also insofern wird das, glaube ich, für euch trotzdem witzig und für mich spannend. Also gucken wir mal. Zum Beispiel diese Biester da, da weiß ich noch, die fand ich unangenehm. Wir müssen natürlich auch nicht jetzt bei jedem direkt rein, also wir müssen es nicht auf Kämpfe anlegen, aber das, was unvermeidlich ist, werden wir natürlich durchführen. Alleine überhaupt jetzt die Steuerung wieder raufkriegen. So ist das, so ist Rennen. Ja, das wird schon, Leute, das wird schon. Ich habe ein gutes Gefühl. Das wird schon. Wie war abrollen? Wo war rollen? Oh, das war ein Trankenleben. Alles klar. Ah, wird gut. So ist rollen, alles klar. Alles wird gut. Glaubt mir, das wird gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Freut ihr euch schon auf den DLC und werdet ihr mit am Start sein? Ich werde jetzt, wie gesagt, sofort zum Release. Gleich freitags werde ich loslegen. Oh mein Gott. Oh, die Giftkram. Oh, nö. Okay, das ist schlecht. Ach du meinst, wo würde ich denn jetzt wieder reingeraten? Oh Gott, das wäre nicht. Junge, 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 bitte entspannen. Nein. Wie haue ich denn? Ich weiß nicht mehr, wie man angreift. Oh je. Ach du meinst. Ich habe Scharlachfeule. Du ahnst es nicht. Es geht direkt gut los. Okay. Raus hier. Ich habe, glaube ich, nichts gegen Scharlachfeule, wenn ich mich recht entsinne. Habe ich mein Schwert draußen? Ja. Okay. Ich muss erst mal reinkommen. So ist hauen. Wie mache ich meine lustige Superattacke? So nicht. So. Ah ja, alles klar. Okay. Und hier scheint nämlich ein Ort der Gnade zu sein, den wir noch nicht eingesackelt hatten. Ja, Tatsache. Doink. Gnade berühren. Okay, cool. Dann legen wir uns oder setzen wir uns auch direkt mal da hin. Damit ich da wieder mich heile. Der Anfang geht schon mal gut los. Also ihr seht, es ist nicht verkehrt, dass wir vielleicht noch ein bisschen wieder reinkommen. Also, holy shit. Wenn ich überlege, es ist halt schon wieder ein bisschen her, ne? Was haben wir hier? Was ist das? Die Schlacht von Ionia. Radar und Melania in einer Paz-Situation. Dann erblühte die Scharlachfeule. Ja, die kennen wir ja, die gute Scharlachfeule. Liebe sie. Liebe sie. Was ist da hinten los? Kennen wir den schon? Glaub nicht. Da ist noch ein Händler. Eben die Mapöffnung. Ah doch, den kennen wir schon. Alles klar. Ich kann erst mal hier diese Markierung entfernen. Wie mache ich das? Wenn ich jetzt das so mache? Macht er den weg? Jawollo. Sehr gut. Leute, ihr müsst wieder ein bisschen Rücksicht mit mir haben, ne? Ihr könnt euch also wieder darauf einstellen, wer wieder Bock hat, mir Tipps und Tricks zu geben. Es ist lange her. Ich werde wieder ordentlich ablosen. Moin. Moin. Ich dachte mir. Ja, sicher doch. Lass mal gucken. Was hast du denn im Angebot? Bewahrende Boli lindert die Belastung durch Scharlachfeule und heilt Feulnis. Ja, gerne. Da nehme ich doch gerne alle drei, die du hast. Das ist es mir tatsächlich wert. Muss ich echt zugeben. Oh. Dann haben wir diesen Schmetterling. Das brauchen wir alles nicht. Bolzen brauchen wir auch erstmal nicht. Okay. Ja, ihr erinnert euch vielleicht noch. Wir hatten ja diesen wunderbaren, köstlichen Blutbild mit dieser Waffe. Wo ich dann hier mit dieser Blutfähigkeit am meisten angriff. Äh, zaubermäßig waren wir auch ein bisschen unterwegs. Da haben wir dann immer gepusht mit Flamme, gib mir Kraft und ähm, göttliche Festigung. Der Rest passt, glaube ich, schon nicht mehr. Blitzschlag der uralten Drachen. Das war noch für den Endboss. Genauso wie die Ungeziefer Fäden. Da müssen wir jedenfalls nochmal wieder umspecken. Aber, ja. Es gibt im DLC auf jeden Fall auch neue Waffen und neue Waffenarten. Wir schauen mal. Wir werden die bestimmt gewiss auch mal ausprobieren. Es wird aber wahrscheinlich so sein, dass wir weiterhin am ehesten mit unserer blutigen Ströme da rumeiern, weil auf die habe ich mich ein bisschen eingeschossen. Aber mal rumexperimentieren und die neuen Waffengattungen ausprobieren. Definitiv auch, ähm, angedacht. Ah, sieht das mal gut aus oder sieht das mal gut aus? Ich habe mir ganz vergessen, wie hübsch dieses Game ist, ne? Hier brennt es inzwischen. Ihr wisst ja Bescheid. Wir sind ja schon einmal durch. Und, ja. Deswegen brennt hier der Baum. Die Hütte brennt. Wir gucken mal weiter. Was war denn hier oben? Das weiß ich nicht. Aber wir gehen mal schauen. Wir gehen am besten von der Hütte aus los. Denn das scheint im oberen Bereich zu sein. Ich markiere mir mal hier so einen, setze mir da mal so einen Marker. Dann gehen wir hin zur Hütte des abgeschiedenen Händlers. Und dann wackeln wir da mal ganz gemütlich hin. Ne? Aber ganz entspannt. So. War das nicht auch hier, wo der nervige, böse Gegner immer war? Den ich aufs Dach getrieben habe? Üh. Moin. Wie rufe ich mein Pferd? So nicht. Wie ruft man das Pferd? Ohne Spaß, ich weiß das nicht mehr. Gedrückt halten. Und dann so. Aha. Na ja, wird langsam. Wir müssen irgendwie in diese Richtung. Ich renne mal an den Gegners vorbei. Ich gucke mal, wie doll wir Schaden machen. Einfach nur zum Pferd. Ja doch, geht schon. Aber wir knallen schon ordentlich rein. Wir knallen schon ordentlich rein. Ich habe, wie ich seinerzeit angekündigt hatte, auch noch ein bisschen gelevelt. Also will ich ja nicht verschweigen. Ich möchte nicht sagen, wie viel. Ihr werdet es ja dann noch sehen. Aber ich habe die Zeit genutzt, als ich krank war und immer, wenn ich mal Zeit hatte, auf dem Steam Deck, wenn ich Zugfahrten hatte oder so, dann habe ich einfach aus Langeweile und Schitz und Giegel ein bisschen von mich hingelevelt. Und da ist ein bisschen was entstanden. Also wir sind ganz gut dabei. Man sieht es vielleicht auch an meinem Lebensbalken. Der ist ein bisschen krasser geworden. Aber ihr seht ja, auch das hilft einem Fuchs nicht. Der kriegt immer noch auf die Fresse. Das ist gar kein Problem. Moin. Ach, das hat mich wieder schön. Also ich muss auch echt, ich habe so unfassbar Bock drauf. Ihr könnt euch es nicht vorstellen. Oh, was machst du denn? Oh, was machst du denn? Unge, lass das mal bleiben. Ah, das war knapp, aber wir haben ihn geschafft. Oh, oh, Junge. Diese Ziegen sind vielleicht aggro. Und die lassen sich auch so schlecht treffen. Andere Seite. Ja, genau. So ist es. Man kann von der linken Seite hauen und man kann von der rechten Seite vom Pferd hauen. Muss man immer dran denken. Ach Gott, wieder reinkommen. Also ist, wie gesagt, ist nicht verkehrt, dass wir uns hier nochmal eben so ein paar Völkchen erstmal wieder einstimmen, um dann nicht so ganz unvorbereitet in den Wiese zu gehen. Hey, 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 Leute, 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 bitte entstanden. So. Aber eigentlich will ich ja irgendwo hin. In diese Richtung müssen wir. Da ist irgendwas, ist da. Ich weiß nicht was. Ich habe mir halt nur Dinge markiert. Kann sein, dass wir da nichts finden. Kann sein, dass wir da was finden. Ich könnte nebenbei auch immer in die dynamische Map mal reinschauen, was das gegebenenfalls ist. Ach, hier, ein weiterer Ort der Gnade, dass wir echt Orte der Gnade nicht haben, ne? Verrückt. Aber ja. Passiert. Da ist noch ein Ort der Gnade. Man konnte doch irgendwie direkt abspringen. Wie ging das? Irgendwie konnte man doch vom Pferd auch so absteigen. Ohne, dass ich so machen kann. Ohne, dass ich so mache. Weiß nicht mehr, wie. Ah, wir werden das alles wieder rausfinden. Wir finden das alles wieder raus. Verlorene Gnade entdeckt. Leider, ihr seht's, das Rumgelegge ist immer noch da. Ja, das ist auch mit der aktuellsten Version nicht weg. Das Gefühl ist sogar noch ein bisschen schlimmer geworden. Das ärgert mich ein bisschen, weil das kann natürlich in intensiven Kämpfen ein wenig nervig sein. Sollte da jemand einen Trick haben, wie man das vielleicht doch beheben kann. Also, wir haben ja seinerzeit alle gemeinsam immer wieder rumgeguckt, aber es gab da keine Lösung. Die einzigen, die es gelöst haben, waren Wolf mit ihrem Steam Deck, weil sie in ihrem Proton-Layer das selber gefixt haben, dieses Gestottere der Engine. Aber, ähm, Endring, die Entwickler selber, ähm, haben's nicht. Gelöst gekriegt bis jetzt. Äh, machen wir doch mal bis zum Morgen. Bisschen die Zeit vertreiben. Und, dann schauen wir mal weiter. Was wir noch so auf der Karte haben. Diese Markierung kann dann weg. So, was hab ich mir noch markiert? Hier diesen Baum. Ich glaube nämlich, bei diesem Baum, bei diesem niederen Erdenbaum, da ist der Wächter noch. Den haben wir, glaube ich, seinerzeit noch nicht besiegt. Das heißt, hier wäre schon mal jetzt, äh, da müssen wir, glaube ich, wo gehen wir denn am besten mal hin? Könnte man von hier aus losgehen, von der Festung? Und da einfach straight runterspringen? Oder wir gehen von hier aus los? Weil das ist die Höhle. Die ist eh unten. Lass mal eben hier ne Markierung setzen. Und dann gehen wir von hier aus einfach mal gemütlich los. Schauen wir mal. Und ich glaube, da haben wir damals das, äh, Biest, was an diesem Baum saß, nicht besiegt. Oh je. Das ist noch ein dicker Drache. Auch noch ne Option, ne? Ja. Komm, setz dich mir eben mal ran. So ein paar Tode fühle ich ja schon, ne? Okay, lass mal den Drachen versuchen. Why not? Offensichtlich hab ich auch Drachen wegignoriert. Ich versuch's erst mal so. Der wird uns wahrscheinlich ordentlich auf die Fresse geben. Moin, Bruder. Es geht. Gib mal deinen geilen Schritt. Oh. Nee, auch nicht mal nicht. Oh, oh. Ich muss jetzt ja nicht so auf mich draufhauen, ne? Oh. Machst du irgendwelche Feuersachen oder so? Oh, 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 oh. Alles klar. Nee, du machst sowas. Das ist ja auch nicht mehr. Immer in seinen Schritt rein. Immer in den Schritt. In den Schritt. In den Schritt. Jawoll. Einmal mit den Tränken zu uns nehmen. Dann ist das auch gut, ne? Oh, herrlich. Es sieht halt einfach gut aus, dieses Game, oder? Ist das nicht irre, wie gut dieses Game aussieht? Ja, der Drache, der war jetzt natürlich nicht mehr so die Herausforderung. Wie gesagt, wir sind für dieses Gebiet ein wenig überlevelt. Ich zeig euch mal, wie ich gelevelt hab. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich auslachen. Aber ich hatte Zeit. Also, wir sind aktuell Level 310. Ich weiß nicht, wo ich damals aufgehört habe. Keine Sorge. Das wird trotzdem witzig. Ihr seht's. Ihr werdet's schon noch sehen. Also, vor allen Dingen in dem DLC werden wir wieder vernünftig auf die Fresse kriegen. Wir befinden uns jetzt halt hier in Anfangsgebieten. Da ist es tatsächlich jetzt, vor allen Dingen mit der Waffe, die wir hier aktuell haben, nicht super schwer für uns. Das muss man ganz klar sagen. Aber jetzt sieht man, wir one-hitten trotzdem nicht. Oh, Junge, Junge, Junge. Bleib entspannt. Bleib bitte entspannt. Oh, da ist noch einer. Hallo. Nö, 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 nö. Das lassen wir mal. Wir one-hitten hier trotzdem nicht. Ich glaub, wir gehen ein bisschen zu Fuß, oder? Bisschen die Gegend genießen und so. Wir müssen gar nicht unbedingt reiten. Weil es sind ja überall Gegner. Lass mal entspannt zu Fuß gehen. Da können wir auch ein bisschen entspannter die Gegend genießen, oder? Die Gegner gezielter umbringen. Oh, hallo. Ah, die graben sich jetzt aus. Ist ja witzig. Erinnert ihr euch noch, wie ich mal... Oh, das war der falsche Knopf. Äh, äh. Das wollte ich machen, genau. Uppala. Oh, 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 oh. Ihr seht schon, ich krieg trotzdem auf die Fresse, weil ich einfach noch scheiße bin. Und die falschen Knöpfe drücken. Das ist das Hauptproblem. Du musst natürlich auch die richtigen Knöpfchen drücken. Ähm. Ich wollte ja unbedingt dieses Steinschild mal verwenden. Ihr erinnert euch vielleicht noch hier. Hab ich das in meinem Inventar noch irgendwie rumgammelt? Weil das müssten wir inzwischen nämlich tragen können. Das wollte ich damals bei Melania. Der Ollen. Der Olschken. Da wollte ich dieses Schild nämlich nutzen. Aber... Niederer Erdenbaum. Hallo. Ach, Junge. Drück doch mal die richtigen Knöpfe. Ach, Fuchstow. Hahaha. Hallo. Ah. So faust du mir einfach eine rein. Ich sag euch, den haben wir nämlich hier noch nicht. Da ist irgendwo noch dieses Erdenbaumvieh. Der wird mich wahrscheinlich wegmachen. Ich fühl's. Wie viel... Hab ich genug, um zu leveln? Ich glaub nicht, ne? Nö. Da sind wir weit von entfernt. Ach, du meine Güte. Okay. Also, fürs nächste Level ab da. Hm. Ich möchte nicht darüber sprechen. Wir sind beim niederen Erdenbaum. Ich seh das Vieh noch nicht. Mal gucken. Irgendwo wird er ja sein. Nehmen wir immer Materialien einsammeln. Das schadet nie. Bist du denn... Oh, guckt euch das an, oder? Ach, was ein schönes Game. Okay. Vielleicht haben wir das Vieh doch schon besiegt. Aber ich glaub nicht. Ich seh hier zumindest nichts. Und ich erinnere mich an die Pötte. Ich weiß, dass wir hier schon mal waren. Aha. Da geht es tief hinab. Wo gehen wir lieber das Monat hin? Kleines Monsterlein. Bist du noch irgendwo hier? Wir wollen gegen dich kämpfen. Aber sieht so aus, als hätten wir den doch schon platt gemacht. Sieht so aus, als wären wir da doch schon fleißig gewesen. Ich geh nochmal eben an den Eingangsbereich. Guck hier nochmal lang. Manchmal steht er ja so direkt auf dem Weg. Wir sind ja jetzt von unten gekommen, statt von oben. Aber, außer dass da hinten noch ein paar Gegner rumeiern. Scheint hier wirklich nichts mehr zu sein. Moin Kollege, na? Wie war es schleichend? Ging doch auch noch, ne? Ja, guck mal. Schleichend ist auch ein Ding. Schleichend gleich mal ran. Warte, jetzt geht's los. Ah, schön. Wir haben das noch drauf, Leute. Oh je. Hallo? Hört euch das erlaubt? Weg, 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 bevor du hier dich eingiftest. So ist fein. Niemand hat euch das erlaubt. Hab ich eigentlich noch meine Sachen ausgerüstet? Ich muss mir eben platt gucken. Oh je. Junge. Ich wollte hier mein Equipment mal eben checken. Erstmal aufhören mit der Scheiße. Junge, Junge, Junge. Was ist das hier für ein Ort? Ich muss mich daran gewöhnen. Wir sind bei Elden Ring. Da kannst du nicht einfach mal eben zwischendurch das Inventar aufmachen. So läuft die Kiste hier nicht. Oh, wieder den Faschenklopf gedrückt. Ich will irgendwie immer mit B angreifen. Äh, nicht B. Warte. X. So heißt es. B. Okay. Ich krieg immer noch ordentlich auf die Fresse. Also keine Sorge, Leute. Es wird gut. Es wird gut. Komm mal ruhig ran. Ah, hier. Guck mal. Das wird ein Fest. Ich kann es euch versprechen. Für Gottes Willen. Bis ich da wieder drinne bin. Mit dem richtigen Blocken und dem ganzen Getime und so. Ah, wo kommst du denn her? Bist du blind? Ich glaube, er ist blind. Hallo. Und dann zwei blutige Ströme natürlich, ne? Doppel gemoppelt hält besser. Hab ich... Ach. Hab ich jetzt gemacht? Oh, hab ich nicht ausgerüstet momentan. Na gut. Hab safe geplayt. Warum auch immer. Also, auf jeden Fall. Bei dem Baum scheint nix mehr zu sein. Dann sind wir hier uns ja schon mal einig, dass hier nix ist. Außer Gegner. Guck mal, wie seine Haare im Wind wehen. Süß oder süß? Richtig knuffiger Typ. Und den Rücken rein. Bam. Jawoll. Und da kommt gleich der Kollege. Der will auch aufs Maul. Geil. Noch mehr? Oh. Ja, ja. Hallo. Hey, hey. Was geht denn? Ne, ne. Lass mal. Ist zwar relativ sinnlos, was wir gerade tun. Aber einfach zum Reinkommen. Bisschen wieder das Kampfsystem. Checken und so. Nicht verkehrt. Okay. Aber gut. Dann sind wir in dem Bereich jetzt durch, würde ich sagen. Gucken wir mal, was ich auf der Map noch so markiert habe. Dann kann die Markierung hier auf jeden Fall auch wieder weg. Zack. Also den haben wir doch gemacht. Was habe ich hier oben markiert? Ich weiß nicht, warum ich das markiert habe. Refugium der Bestie. Irgendwas habe ich da außen dran markiert. Gehen wir mal gucken, was das ist. Da war mal diese dunkle Bestie, der ich diese Wurzeln verfüttert habe. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir die getötet haben oder ob wir wieder Buddies sind. Ah, sie scheinen noch nett zu sein. Ich gucke mal wieder. Oder die dreht gleich wieder durch. Wir waren eine Zeit lang, waren wir mal keine Buddies mehr. Da ist sie ein bisschen böse geworden. Aber wir scheinen wieder Kumpel zu sein. Oder wir sind Freunde, ne? Hallo? Guck mal, wir sind Freunde. Ja. Okay, wir haben nur keine von den Dingern. Och, wie das aussieht hier. Lecker. Wir haben leider gerade aktuell keine Wurzel für ihn. Aber hey, vielleicht gibt es ja mehr dann wieder welche. DLC. So heißt das ja heutzutage. Seine dicke Wache ist nicht mehr da. Ich mache mal eben die Map auf. Und setze mir dann hier eine Markierung. Dann schauen wir mal. Irgendwas scheint da irgendwie noch versteckt zu sein. Weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es ein Geheimgang. Vielleicht eine Höhle. Wir gehen einfach mal schauen. Nebenbei können wir hier einmal Vogelknochen einsammeln. Auch immer wichtig. Vor allem Federn. Hey, nicht wegfliegen. Oh, ihr Schweine. So, mal gucken. Also, hier ist nix. Da kann man zwar hingehen, aber... Da ist nix. Hier ist auch nix. Geht es da irgendwie runter? Ja. Och, du Scheiße. Okay, Leute. Habt ihr Bock? Ein bisschen Risiko? Oh, das gefällt mir gar nicht. Ah, wir müssen auch mal sterben, oder? Komm. Du wolltest nicht zu einfach haben. Los geht's. Okay. Ich bin nicht der einzige Depp, der hier runtergesprungen ist. Wahrscheinlich steht da jetzt keine Nachricht. Ja, du bist gebumst, Junge. Was bist du hier runtergesprungen? Hier sind auf jeden Fall Nachrichten. Also, man kann da runter. Wir waren da noch nicht unten. Man kann da aber runter. Vorsicht vor Insekt. Hopala. Insekt? Wo denn? Meint ihr, wir können da runter? Ich muss mal ausprobieren. Ich probiere es einfach mal. Oh. Okay. So weit, so gut. Dann würde ich jetzt hier auf diesen Turm gehen. Oh. Alter, das macht so Bock. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Ernsthaft? Ich hab's ja mit euch gefeiert. Das ist eins meiner längsten Projekte, das ich je mit euch gemacht habe. Es hat so Bock gemacht. Und wir sind wieder da. Hier. Ja, was ist denn hier? Also, außer, dass wir jetzt hier auf so einem Turm sind. Wir gehen mal vorsichtig runter. Oh. Okay. So weit, so gut. Ich muss da wieder hoch. Hoppala. Komm schon, ich muss da wieder hoch. Sonst wird das nix. Sonst muss ich das mit dem Pferd machen. Warte mal. Pferdi wird regeln. Ja, ja, ja. Okay. Läuft. Alles gut, alles gut. Also, irgendwo soll hier ein Insekt sein. Ich weiß noch nicht, wo. Wenn es da ist, werden wir es finden. Noch sehe ich keinen Insekt. Insektchen, wo bist du? Zeig dich. Will dir aufs Maul hauen. Bin ja eigentlich ein ruhiger Fahrer, ne? Also, eigentlich bin ich aber ganz entspannt und nett. Objekt? Wo denn? Vielleicht waren wir doch schon mal hier. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern würde. Ich sehe da jetzt auch so erstmal kein Objekt. Gehen wir mal weiter. Es ist doch erstaunlich ruhig, ne? Keine Gegner, kein Gornix. Ist da doch gerade was gehört? Ich sehe nur den brennenden Baum. Aber keine Objekte. Wo ist Objekt? Oh, immerhin ist hier was. Ein Refugiumstein. Den hat wahrscheinlich mal einer runtergeschmissen, um zu gucken, ob man das überlebt, wenn man da runter springt. Ihr kennt das Spiel. Spiel. Na? Fluss voraus. Ja, ganz bestimmt. Ja, springen wir sicherlich gewiss nicht runter. Ne? Oder? Kann man da runter? Sag niemals nie. Aber es sieht aktuell nicht so aus, als könnte man da irgendwo noch weiter runter. Glaube nicht. Ich glaube nicht, Leute. Das sieht aus, als wären wir hier am Ende Gelände. Guck jetzt gerade nochmal. Wenn wir uns da so zwischenarbeiten. Aber es war jetzt auch kein Insekt da oder sowas. Oh, Hahn. Du bist mal leise. Du bist aber sehr leise. Wie ich da unten? Da unten sehe ich was. Vielleicht kann man da doch noch weiter runter. Ich probiere das gleich mal. Meine Lieben, ihr habt ihn vielleicht gerade ganz leise gehört. Aber der Hahn, er ist am Krähen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle hier einen kleinen Muggeling Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gern unterm Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Paar wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufro. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017